Hallo, na da hat mich ja doch jemand gefunden. Ich dachte schon, meine Videos wären nicht mehr so richtig gefunden. Also, als Dankeschön würde ich sagen, oder als Geschenk, dann grüße ich all meinen Abonnenten und wünsche ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Der Weihnachtsmann, der ist ja da schon da. Da steht er ja. Mal so rumdrehen. Da. Der hat schon Geschenke mitgebracht. Tja. Dann, bis zum nächsten Mal. Und immer schön meinen Kanal schauen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.